Die Intensivmedizin ist ja ein sehr komplexes Gebiet, aber das reizt mich auch, dass ich eine Herausforderung habe. Ich heisse Marisa von Daniken und ich arbeite schon seit acht Jahren bei der Hirslande. Ich habe die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit absolviert und nachher habe ich noch einen Teil der Diplomierten Pflegefachausbildung absolviert. Ich arbeite gerne im Team, auch allgemein unter Leuten zu sein, sich mit ihnen auszutauschen. Und was auch ein Aufsteller ist, wenn zum Beispiel ein Patient länger auf der Hibs liegen musste und man dann weiss, er wird am nächsten Tag verlegt, er ist endlich auf dem Weg zur Besserung, dann macht einem das schon auch Freude. Ich finde es ist familiär, es ist persönlich und das schätze ich. Es ist cool bei uns, bewirb dich jetzt! Inside Gear Absieg Vorbund Von